Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega und herzlich willkommen zu Reigns Game of Thrones. Die Leute, die schon ein bisschen länger bei meinem Kanal dabei sind, sollten sich an dieses Spiel eigentlich erinnern können. Für alle anderen auch gar kein Problem, es ist relativ simpel erklärt. Wir müssen durch simple Entweder-Oder-Entscheidungen in die Rolle eines Monarchen schlüpfen und schauen, ob wir doch damals vielleicht überlebt hätten, beziehungsweise wie wir uns angestellt hätten. Das Ganze natürlich jetzt im frischen neuen Game of Thrones Outfit. Ich bin sehr gespannt drauf und war gerade voller Freude, als ich es bei Steam entdeckt habe. Ist auch nicht so teuer für all die Leute, die noch ein kleines Spiel zwischendurch suchen. Ich glaube 4 Euro kostet es, also wirklich klare Kaufempfehlung. Wir schlüpfen in die Rolle von Daenerys Sturmtochter aus dem Haus Targaryen, die Mutter der Drachen. Wir scheinen gerade den Eisernen Thron für uns beansprucht haben und da können wir auch direkt unsere erste Entscheidung treffen, nämlich ob wir uns abwenden oder Platz nehmen. Ich würde meinen, wir haben jetzt lange genug dafür gekämpft. Wir nehmen einfach mal Platz und schauen, was so auf uns zukommt in unserem neuen Königreich. Und als allererstes kommt Lord Tyrion auf uns zu, die Hand der Königin. Und er sagt, das würde ich nicht tun. Er ist furchtbar pieksig. Falls euch nach etwas weniger kühne misst, der kleine Rat beginnt. So, so. Da will Tyrion also, dass wir als allererstes den kleinen Rat einem Besuch abstatten. Das ist vielleicht sogar gar nicht die schlechteste Idee. Deswegen sagen wir mal ja. Dann erlaubt mir. Und er führt uns zum Turm der Hand. Und da sollte jetzt der kleine Rat auf uns warten. Und da ist auch das erste Mitglied. Master Elyon, der Großmeister, um genau zu sein. Willkommen, euer Gnaden. Zum ersten Rat eurer Herrschaft. Wir sind hier, um euch zu beraten. Solltet ihr uns brauchen. Ich brauche euch in der Tat. Nein, wie ermüdend werden wir natürlich nicht sagen. Wir fragen natürlich, ob es etwas Neues aus dem Norden gibt. Und uns antwortet Lord Gerard. Winterfell bittet um mehr Geld. Sie klagen weiter über ihre Verluste im Krieg der Fünfkönige. Ja, der Krieg der Fünfkönige hat uns allen zugesetzt. Wobei, ich glaube, Daenerys sogar am wenigsten, die war sogar Nutznießerin von der ganzen Geschichte. Aber dennoch wollen wir natürlich den Leuten aus dem Norden helfen. Was können wir denn sagen? Wir können ihnen nicht helfen. Doch, doch, ich würde ihnen ganz gerne helfen. Aus gutem Grund. Jawohl, jawohl. Es stimmt ja, der Norden hat wohl am ehesten darunter gelitten. Ich meine, sie haben so ziemlich das gesamte Haus Stark verloren. Also fast, aber den Großteil davon. Auch alle möglichen kleinen Fürsten haben sich untereinander bekriegt. Manche haben sich auf die Bolton-Seite geschlagen. Manche nicht. Deswegen ist es schon verständlich. Und man sieht auch direkt, dass das die erste Entscheidung ist, die wir treffen können. Die auch direkt Auswirkungen auf unseren Staatshaushalt quasi hat. Da gibt es vier Werte. Einmal das Geld. Also quasi der richtige Staatshaushalt. Dann die Bevölkerung an sich. Hier ist jetzt gerade noch ausgegraut. Dann der Glauben. Das war in dem letzten Teil auch so. Die Kirche war das aber dort. Hier der siebenzackige Stern. Und natürlich die Armee. Beziehungsweise hier wahrscheinlich unsere Vasallen. Gut, aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Geld in den Norden pumpen anscheinend. Aus gutem Grund. Ja, damit geht es runter. Aber ich hoffe einfach mal dafür, dass im Gegenzug dafür der Norden uns weiterhin die Treue halten wird. So, als nächstes kommt wieder Lord Tyrion rein. Lady Sansa wird vom Volk geliebt. Ein starkes Bündnis mit dem Norden kommt uns zugute. Ja, da bin ich der gleichen Meinung. Es wäre gar nicht so schlecht, jetzt hier eine Staatshochzeit zu organisieren. Deswegen stimme ich euch da hundertprozentig zu, Tyrion. Ihr habt recht. Das hat unserem Volk gut getan. Jetzt liebt uns das Volk natürlich noch mehr. Wer kann es dem aber auch verübeln? Ich meine, guckt euch Sansa an. Sie ist einfach ein wunderbares Geschöpf. Unser nächster Besucher ist Eddard Kirschner. Der hohe Septon. Helft uns, den Glauben an die Sieben zu verbreiten. Und wir sorgen dafür, dass dieses Bündnis gut aufgenommen wird. Ich muss zugeben, ich bin ehrlich gesagt eher dem alten Göttern zugesandt. Wobei, ich bin ja in der Rolle von Daenerys. Trotzdem, ich will eigentlich nicht, dass der Glaube allzu stark wird. Das haben wir ja gesehen in der letzten und vorletzten Staffel, was dann passiert. Deswegen würde ich sagen, ich werde darüber nachdenken. Oh, als nächstes kommt Lord Varys, mein bescheidener Rat. Gebt Priester nie irgendwas von eurer Macht ab. Sie werden sie irgendwann gegen euch verwenden. Bin ich genau der gleichen Meinung. Deswegen habe ich jetzt eben auch dem anderen Septon vertröstet. Wäre jetzt auch komisch, wenn ich die jetzt wieder sprechen würde. Deswegen, obwohl, Moment. Varys, ich finde, du übertreibst ein bisschen. Also ich finde, sie sind zumindest nützlich. Ja. Das habe ich gehört. Meine Liebe für die Krone ist so rein wie die Jungfrau, antwortet uns der Septon auch gleich direkt. Ja gut, ist kein Wunder, dass du das hörst. Ich meine, wir sitzen alle an einem Platz. Aber, also, bei dem kleinen Rat, jetzt frage ich mich bloß gerade, Lord Varys nimmt aber kein Blatt vor den Mund. Also er hat ja quasi genau vor mir gerade und vor dem Herrn Kirschner ihn diskreditiert. Also gesagt, dass der Glaube Müll ist quasi. Dafür reagiert er aber recht gechillt. Ja, aber was können wir denn jetzt hier auswählen? Das habe ich gehört. Meine Liebe für die Krone ist so rein wie die Jungfrau. Ja, was auch immer das heißen mag, ich würde mal sagen, ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube. Das können wir aber gar nicht direkt sagen, weil wir werden unterbrochen durch einen Goldrock, der in den Saal stürmt. Was will der denn? Verzeiht die Störung, euer Gnaden. Aber eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Bergfried. Ja, zerstreut sie, was will sie? Ich würde meinen, wir fragen erstmal nach, was die überhaupt möchte. Wir sind gerade erst frisch an die Macht gekommen. Kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, sie uns beglückwünschen möchten zu unserer Thronbesteigung. Oder sie haben tatsächlich Probleme. Und dann wäre das doch die erste Möglichkeit, das Volk auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen fragen wir mal, was will die Menge? Sollen wir hinausgehen und sie fragen? Lasst uns den kleinen Rat vertagen, antwortet Lotterion. Dann, ja, jetzt tut er so, als wäre das seine Idee gewesen, weil er weiß, dass es eine gute Idee ist. Oder er stimmt mir einfach zu, der kleine Arschkriecher. Ja. Achso, ja, es geht jetzt gerade darum, dass wir persönlich dahin gehen. Ich nehme alles zurück, Thyrion, tut mir leid. Da habe ich gerade ein bisschen zu negativ über dich gesprochen. Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde, wir sollten direkt persönlich rausgehen und mal schauen, von was diese Menschenmenge denn von uns möchte. Ihr begebt euch zum Tor und sprecht mit der Menge. Na, was will sie denn? Uh, kommt jetzt eine kleine Cutscene. Ach, das finde ich aber süß. Ach nee, wir sind einfach nach draußen gegangen. Gepriesen sei Dineris, gepriesen sei Dineris an ihrem Namenstag. Oh mein Gott, ich habe Geburtstag. Also quasi, Namenstag ist doch im Mittelalter quasi Geburtstag, oder? Egal, aber ich habe es doch gewusst. Sie haben einfach nur was Nettes im Sinn. Sie wollten einfach bloß vorbeischauen, sehen, wie uns geht. Mit uns feiern. Toll, kommt alle rein. Ich habe genug Kuchen für alle gebacken. Wir können auch noch ein Schaf von Drogon rösten lassen. Winken und lächeln oder die Menge beruhigen. Wir sind eine kleine Attention Whore. Wir wollen natürlich in der Menge baden, deswegen winken und lächeln wir. Wenn wir schon eine Menge vor dem Tor haben müssen, ist das wohl die beste Form. Alles Gute zum Namenstag, Dineris Sturmtochter. Ach, Thyrion, danke. Hast du mir auch ein kleines Geschenk mitgebracht? Das wäre doch jetzt mal das richtige Zeichen von meiner Hand, oder? Meinst du nicht? Eure Herrschaft beginnt in einer sehr finsteren Zeit für das Reich. Wir beten, dass ihr zurückhaltend und gerecht reagieren, regieren, regieren, also reagieren wahrscheinlich auch, aber regieren werdet. Dann gibt uns da der hohe Septon mit auf den Weg. Es hört sich ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Drohung an, so zwischen den Zeilen. Zweifelt nicht an mir, gewiss. Gewiss, es hört sich so ein bisschen so, ja, ja, gewiss, gewiss, klar, natürlich, natürlich. Ich finde, wir sollten nicht gleich unsere Selbstzweifel dem hohen Septon offenbaren, deswegen sagen wir einfach mal, gewiss. Meister Elyon stürmt rein. Meine Königin, verzeiht die Störung, aber zwei dringliche Rahmen sind eingetroffen. Einer von der Mauer, der andere aus Meeren. Die Mauer? Jon! Oh, das finde ich aber lieb, also von Daenerys, dass sie als allererstes gleich an Jon denkt. Ich muss ja mal sagen, ich fand die letzte Staffel sowas von schön. Ich muss zugeben, ja, es war eine Staffel, die halt eher so Richtung Fans ging, so ein bisschen Fanservice. Aber komm schon, es hat mal der Game of Thrones Seele gut getan, auch mal was Schönes zu erleben. Ja gut, das Ende war ein bisschen tragisch, aber die Romanze zwischen Daenerys und Jon war doch, doch sehr, sehr bezaubernd. Aber jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden. Ja gut, wir reagieren, wir reagieren natürlich als erstes auf Jon. Das ist uns jetzt wichtig, einfach aus einem persönlichen Aspekt. Ich habe die Nachrichten gelesen und muss euch bitten, euer Drachenblut zu beruhigen. Nicht über Eil zu handeln, gibt uns hier der Lord Tyrion noch mit auf den Weg. Schweigt, lasst mich sie lesen. Ja, schweigt finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das wäre jetzt zwar noch voll in der Situation quasi. Die liebe Daenerys ist sehr aufgebracht, möchte jetzt unbedingt wissen, was mit Jon los ist. Deswegen, ja, trotzdem, ne, lasst mich sie lesen. Jon Schnee wird mit der Hälfte der Grenzer jenseits der Mauer vermisst. Wir haben die Toten gesehen. Schickt Hilfe, Samuel Tarly. Ja, das steht in der Nachricht. Wie reagieren wir da drauf? Ich muss aufbrechen. Dieser Narr. Ach, Herr Jemine. Gut, Jon ist vermisst, aber ganz ehrlich gesagt, der wird das schaffen. Wenn er wirklich Probleme hat, dann würde er uns eine Nachricht zukommen lassen. Deswegen werden wir einfach bloß den Kopf schütteln und sagen, dieser Narr. Meren ist gefallen. In diesem Augenblick Hermann Farräter ans Tor. Werde ihm beste Gastfreundschaft erweisen. Dario Naharis. Oh je, Meren ist gefallen. Hä, was machen wir denn da jetzt? Können wir da auch hinfliegen? Meren. Dieser Narr. Nein, da, Daria, kämen wir natürlich ein bisschen aufgebrachter, weil Dario ist kein Narr. Der hat heldenhaft diese Stadt für uns gehalten. Deswegen sind wir auch gebraucht. Meren. Ihr schleicht euch in einen schmalen Gang hinter den schwarzen Zellen durchs Dunkel. Uh, scheint so, als würden wir jetzt den Drachen wecken. Also nicht so, wie es im ersten Buch gemeint ist, sondern den richtigen Drachen, der bei uns im Keller wohnt. Der liebe Drogon. Na gut, Dracarys wäre jetzt vielleicht nicht die beste Möglichkeit, ihn heranzulocken, weil dann speit er uns einen großen Feuerschwall entgegen. Deswegen probieren wir es doch einfach mal mit seinem Namen. Das wäre doch, glaube ich, angebrachter, oder? Drogon. Der Drache wacht nicht auf. Okay, probieren wir das doch einfach nochmal. Drogon. Der Drache wacht nicht auf. Hm. Komm, einmal probieren wir es noch. Der muss es doch schaffen. Drogon. Der Drache wacht nicht auf. Na gut. Wir haben es alles probiert. Dann bleibt uns für nichts ganz ruhig. Dann Dracarys. Weck, Drogon. Hey, wir haben einen Erfolg. Wunderbar. Cool. Etwas regt sich in Drogon. Auf eurem dringlichen Befehl hin speit ihr eine Feuersäule und zerstört seine Ketten. Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine ist, haben wir ihn nicht angekettet? Warum haben wir keinen Schlüssel mitgenommen? Und die zweite Frage, wenn wir ihn angekettet haben, warum, wenn er die Ketten offensichtlicherweise selbst kaputt machen kann? Nein, bleibt. Bitte bleibt. Oh, ihr verrückte Drachenkönigin. Hört ihr nicht auf mein Rat. Wenn euch etwas zustößt. Oh, der Tyrion, der macht sich Sorgen um uns. Aber ich habe keine andere Wahl. Und ich komme zurück. Kann ich nicht beides sagen? Ähm, ich komme zurück. Ja, das können wir nicht versprechen. Aber ich habe keine andere Wahl. Sagt ihr mir wenigstens, wohin ihr aufbrecht? Nach Meeren oder zur Mauer? Hm, ich breche nach Meeren auf, weil ich gar nicht wüsste so richtig, was ich an der Mauer machen sollte, wenn John jetzt verschollen ist. Wir können ja nicht den ganzen Norden abkennen. Die Mutter der Drachen kehrt nie nach Königsmund zurück? Was? Wie ist das denn jetzt passiert? Mist. Zwei Monde. Zwei Monde haben wir geschafft. Mehr nicht. Oh, wow. Tatsächlich. Das war's. Unsere allererste Regentschaft. Oh je. Tja. Die Königin ist fort. Was wird als nächstes passieren? Das, würde ich sagen, finden wir erst in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall diese genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, 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 hoffe es, weil ich würde gerne noch eine Folge hiervon aufnehmen. Und wenn nicht, dann spiele ich das einfach Off-Camp weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch einen wunderschönen Tag. Ich war's hier mal, euer Lega und bis dann. Ich wünsche euch noch ein paar Mal. Ich wünsche euch noch ein paar Mal. Ich wünsche euch noch ein paar Mal. Ich wünsche euch noch ein paar Mal.